Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Worum geht es heute? Um schlechte Benehmen im Internet. Was können wir dagegen tun? Also, ich lese als erstes mal den Text vor, den ich gerade verfasst habe, als Beschreibung dieses Videos. Die Art und Weise der Kommunikation im Internet. Unerträglich ist in Teilen unerträglich. Offensiv feindlich. Der offen zur Schau gestellte Hass ist nicht akzeptabel. Zu einem Teil dient diese Art der verbalen Einschüchterung dazu, Menschen mundtot zu machen. Wenn wir Hass, Wut und Ausgrenzung von Menschen im Internet dulden, befinden wir uns auf einem sehr gefährlichen Weg, der dort endet, wo Menschen sich in der Vergangenheit schon häufiger wiederfanden. Im Krieg. Auf den geliebten täglichen Psychoterror folgen unvermeidlich gewalttätige Auseinandersetzungen. Daher plädiere ich stets für ein Deeskalieren der Situation und ein friedliches Miteinander verschiedenster Meinungen und Ansichten. Unser Grundgesetz ist eine gute Grundlage für eine geordnete Debatte, in der jeder Mensch zu Wort kommt. Seit das Internet existiert, heißt dort das Gesetz der Kommunikation Netiquette. In den Newsgroups der 90er Jahre, vergleichbar mit heutigen Foren, Blogs, Kommentarrubriken, wurden die Verhaltensregeln entwickelt und sind nach wie vor anzuwenden, aus meiner Sicht. In diesem Video stelle ich die wichtigsten ursprünglichen Regeln vor. Heute gibt es sie vielfach in abgewandelter Form. Die wenigstens sind besser als das Original. Okay, kommen wir mal zum Original. Das hat sich natürlich auch immer ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe es hier gefunden auf einer Seite, die jemand privat ins Netz gestellt hat. Nichtsdestotrotz sieht es gut aus. Dieser Post stammt von 2006. Also die Netiquette ist viel älter. Ich habe damit schon zu tun gehabt. 1990 ungefähr, als es anfing mit dem Internet. Bin ja von Anfang an dabei. Weiß nicht, bei den ersten 500 E-Mail-Usern in Deutschland oder so. Na, vielleicht nicht 500, aber bei den ersten 5000 war ich bestimmt dabei. So, also die Netiquette. Jetzt mache ich es mir auch mal wieder einfach und lese es einfach vor. Also falls jemand jetzt gerade ins Bett geht, wenn er dieses Video sieht und sich dann dieses Video nochmal anschaut, Wahrscheinlich ist er danach eingeschlafen, aber hoffentlich dann sehr beruhigt und zufrieden, dass es solche Regeln gibt, dass er sie mal gehört hat, dass er darauf verweisen kann, dass er sich zumindest den Begriff Netiquette gemerkt hat. Okay, so, also die Netiquette. Die Netiquette soll Ihnen helfen, die Sitten und Gebräuche kennenzulernen, die sich im deutschsprachigen Teil des Usenets, den DE-Newsgruppen, eingebürgert haben. So können Sie einige der häufigsten Stolpersteine vermeiden. Wie Sie sehen, es kommt aus den Newsgruppen. Das waren früher die Foren und so wurden die Leute dort angesprochen. Es folgen einige Tipps, wie man das Netz effizient und auch höflich zur Zufriedenheit aller benutzen kann und sollte. Jetzt kommen die Regeln. Vergessen Sie niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Erst lesen, dann denken. Noch einmal lesen, noch einmal denken. Und dann erst posten. Teilen Sie etwas Neues mit. Ihre Artikel sprechen für sich. Seien Sie stolz auf Sie. Das habe ich ein bisschen falsch gelesen. Ich lese es nochmal richtig. Ändert etwas die Bedeutung? Ihre Artikel sprechen für Sie. Seien Sie stolz auf Sie, Ihre Artikel. Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie einen Artikel schreiben. Vernachlässigen Sie nicht die Aufmachung Ihres Artikels. Achten Sie auf die Subject-Zeile. Welchen Titel habe ich oben drüber? Denken Sie an die Leserschaft. Vorsicht mit, jetzt kommt's Dicke, Humor, Ironie und Sarkasmus. Und das, was Sie im verbalen Miteinander machen, beim Miteinander sprechen, das wird in seiner Kommunikation noch dadurch untermauert, wie Sie sich bewegen, wie Sie gucken, wie Sie sprechen. Da kriegt man es mit, dass es sich um Ironie und Sarkasmus handeln könnte. Im Netz ist das tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Also, wenn etwas nur geschrieben irgendwo steht und man sie dazu nicht sieht, wie in einem Video, wie Sie jetzt mich hier sehen, da fällt es dann nochmal schwerer, das zu interpretieren. Kürzen Sie zitierten Text auf das notwendige Minimum. Benutzen Sie E-Mail. Na gut, das ist jetzt eine Regel aus dieser Zeit. Heute haben Sie wesentlich mehr Möglichkeiten. Da würden Sie wahrscheinlich einen Messenger nehmen. Geben Sie eine Sammlung Ihrer Erkenntnisse an das Netz weiter. Achten Sie auf die gesetzlichen Regelungen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil so gesetzliche Regelungen von Land zu Land unterschiedlich sein können. Und von daher sehen Sie schon, es ist tatsächlich notwendig, dass wir so etwas zumindest auf europäischer Ebene mal diskutieren. Was allerdings dann auch nicht zur Zufriedenheit aller ausfallen wird, weil es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Was die Menschen abkönnen und was nicht. Weiter. Benutzen Sie Ihren wirklichen Namen. Kein Pseudonym. Vorsicht mit kommerziellem. Vorsicht mit Binaries und Multipartartikeln. Das hatte seinen Ursprung darin, dass man auf diesem Weg auch Viren einschleusen konnte. Also wenn Sie jetzt diese originalen Etikettregeln von mir heute hören, dann deswegen, weil es die Grundlage ist für vielerlei Etikettregeln, die man auf verschiedensten Portalen immer ein bisschen anders geschrieben wiederfindet. Also das ZDF wird eine andere Etikett anwenden, als ich zum Beispiel. Auf meinem YouTube-Kanal. Während ich hier relativ viel noch durchgehen lasse in meinen Kommentaren, wird das ZDF das restriktive Handhaben. Nun gut. Also es kommt immer auch auf die Breite des Publikums an und auf die Anzahl derjenigen, die das dann lesen ein bisschen. Wie sie das dann als Moderator handhaben, der einen Einfluss darauf hat, ob solche Sachen dann gelöscht werden oder nicht. Also, wie geht es weiter? Wir waren hier vorsichtig mit Binarys und Multipartartikeln. Also Multipartartikel, das war sowas, wenn Sie tatsächlich sehr lange Artikel reingestellt haben in diese Foren. Da mussten Sie die aufteilen in verschiedene Teile, damit das dann überhaupt zu schicken war. Also als die ersten Bilder dort dann in die Foren reinkamen, da hat man die auch erstmal aufgeteilt in mehrere Teile. Man musste sie erstmal in eine Codierung umsetzen, dass diese Dinger dann überhaupt dort postbar waren. und dann mit speziellen Programmen zu Hause auf dem Rechner wieder zurückwandeln, damit es dann Bilder wurde. Wir wollen hier weitermachen mit der Netiquette. Also, du oder sie? Ist auch sehr interessant, diese Frage. Ich sieze meine Schüler eigentlich. Ich sieze eigentlich jeden. Jetzt könnten Sie sagen, ist ja altmodisch. Macht man doch nicht. Für mich ist das ein Zeichen des Respekts und des Abstands und des Miteinanders eigentlich. Wenn ich das Du verwende, sind damit auch Verpflichtungen verbunden. Also, dann bin ich einer Person näher und es ist klar, dass diese Person dann zu einer engeren Gemeinschaft gehört, als nur dieses unverbindliche Sie. Wenn ich jetzt zu unseren Politikern Du sage, dann ist das tatsächlich eher etwas, was bei mir Wut ausdrückt. Ich nehme sie in die Verantwortung für mein Schicksal, für meine Umgebung, für meine Familie, für meine Schule, für meine Stadt. Dann kann das schon mal sein, dass ich so eine Sprache verwende. Aber das ist jetzt tatsächlich etwas, was für mich eine gewisse Verbindlichkeit ausdrückt. Du ist für mich verbindlicher als sie. Bei sie halte ich den normalen Gefahrenabstand zu dieser Person. Das heißt, ich erwarte erst mal nicht viel. Ich gucke, wie sie sich benimmt. Ob sie sich zum Beispiel hier an diesem Etikett im Netz hält. Ob sie sich in privaten, an die gängigen Benimmregeln hält. An das, was selbstverständlich ist. Was weiß ich, nach dem Klo die Hände waschen oder so. Das sehe ich zwar nicht, aber es gibt ja manchmal Indizien, dass jemand das nicht tut. Nach einer Person dort reingehen, es gibt nur ein Waschbecken und alles ist trocken, dann ist das voll klar, oder? Nun gut, also manche Leute verraten sich halt durch ihre Nicht-Taten, durch ihr Nicht-Tun, durch ihr Tun, wie auch immer. Okay, so, in dieser Etikett sind jetzt diese Dinge, die ich hier vorexerziert habe, diese ganz kurzen, lange ausgeführt. Und diese langen Ausführungen der Etikett, das möchte ich Ihnen jetzt tatsächlich ersparen. Ich stelle einfach mal den Link hier rein. So, wer sich da jetzt dafür interessiert, was da mit dem Einzelnen gemeint ist, der kann dort nachschauen. Sie können aber jetzt auch auf verschiedensten Plattformen nachschauen, wie dort die Etikett gelebt wird. Wie die Etikett beim ZDF aussieht und wie die ZDF, wie die Etikett bei Facebook aussieht und wie die Etikett aussieht bei Leuten, die davon vielleicht gar nichts wissen, weil implizit angewandte Benimmregeln gibt es ja überall. Es gibt auch überall eben ein Publikum, was sich auf eine bestimmte Art und Weise artikuliert. Das sieht man in den Kommentaren. Wer ist dieses Publikum, was dort kommentiert? Können die sich benehmen? Ich habe zur Kommunikation vor einiger Zeit ein Video gemacht, das nannte sich Graham's Hierarchy of Discussion? Nee. Debatte? Nee. Auseinander Distance? Hier ist es. Okay. Also. Und wenn Sie sich die Kommentare angucken und das Gegenchecken gegen diese Hierarchie, dann wissen Sie, auf welcher Ebene sich diese Menschen bewegen in ihrer Diskussion. Und wenn Sie gerne ein höheres Level anstreben, dann schauen Sie mal, wie man auf diesen Ebenen hier diskutiert, was man dort macht. Gucken Sie sich nochmal die Etikett an und kommentieren Sie nicht heute, sondern morgen. Man braucht Übung dazu, um das vernünftig zu machen. Ich bin schon gar nicht schlecht, aber was soll man eines erwarten nach 30 Jahren Übung? Einige andere haben sich da noch gar nicht rangemacht. Sie sagen immer noch so, Facebook, YouTube, Telegram, alles Teufels Zeugs, will ich nichts mehr zu tun haben. Digitalisierung ist ein Scheiß. Ich treffe die Menschen lieber draußen. Auch da gelten Benimmregeln. Und dort gibt es für mich insbesondere die Benimmregel, wenn einer dir zu doof ist, dann geh doch einfach weg. Mache ich heute noch. Klappt immer wunderbar. Dann habe ich wieder meine Ruhe. Okay. Euer im Netz. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann auch nicht weggehen. Sie haben auch keine Ruhe. Es ist relativ offen alles. Und von daher ist es umso wichtiger, dass wir die Nettigkeit kennen, anwenden, üben, üben, üben. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020